Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute wollte ich einfach mit euch ein Thema ansprechen. Und zwar, es wird jetzt momentan immer öfter diskutiert, ob Thailand noch sicher ist, allgemein. Wie man mit Stresssituationen in Thailand umgehen soll. Ich würde jetzt nicht mal sagen unbedingt Thailand, sondern komplett Südostasien. Eigentlich wollte ich eigentlich auf die Touristenhochburger eingehen, wie zum Beispiel Phuket, Bangkok, Pattaya und so weiter. Wenn wir jetzt anfangen, wenn wir jetzt darüber sprechen, ob das Land jetzt sicher ist im Gegensatz zu anderen Ländern, würde ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall sagen, dass es viel, viel sicherer ist, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Lateinamerika, wie Mexiko, Brasilien. Weil ein Bekannter von mir war in Brasilien und der wurde da einfach ausgeraubt von Kindern. Also der ist einfach in den Aufzug eingestiegen, wollte dann in die zwölfte Etage. Und dann kamen auf einmal, glaube ich, zehn Kinder auch in den gleichen Aufzug und haben den irgendwie überall betatscht. Und jetzt, dann hat er seinen Geldbeutel und alles verloren. Also das wurde geklaut. Das ist so eine Masche von denen, das sind organisierte Banden, die da vorgehen. Ich selber habe sowas zum Beispiel noch nie, noch wirklich nie in Thailand erlebt. Vielleicht schreibt mal eure Erfahrungen, ob ihr etwas, sowas erlebt habt oder nicht. Aber so ich war schon öfters in Bangkok, ich war auch nachts in Bangkok, ich bin auch nachts in Bangkok unterwegs gewesen, irgendwo in verschiedenen Gebieten oder verschiedenen Vierteln dort. Und mir ist noch nie klar, kann da was passieren. Das kann dir aber genauso hier in Deutschland passieren. Wenn du hier nachts oder abends irgendwo in der Großstadt unterwegs bist, in Frankfurt, in Berlin, in Hamburg, dann kann dir auch hier ziemlich viel passieren. Aber das würde ja sagen, dass Deutschland irgendwie kein sicheres Land ist. Genau das Gleiche würde ich jetzt über Thailand genauso sagen. Eher, für mich ist Thailand eigentlich noch sicherer als Deutschland, weil ich hatte noch nie irgendwie eine schlechte Erfahrung in Sachen Sicherheit in Deutschland. Mir ist noch nie jemand blöd gekommen und wollte was von mir. Es kann schon passieren, dass zum Beispiel manche Tuk-Tuk-Taxis in Thailand oder Taxifahrer in Bangkok oder auch vielleicht in Phuket oder Pattaya irgendwie aggressiv wirken oder werden. Ja, damit muss man aber auch umgehen können. Mein Rat ist an euch, dass es Südostasien, ihr müsst halt mehr relaxed sein. Dazu lehrt auch Südostasien oder lehrt auch Thailand. Ihr müsst wie ein großer, aber langsamer Fluss euch bewegen praktisch. Und dann wird es schon versuchen, scharfe Kanten zu umgehen und dann wird es schon alles gut werden. Weil, wenn wir zum Beispiel Thailand oder die Thais allgemein mit Inder oder mit Nepalesen vergleichen, wenn du irgendwie Stress hast oder irgendwas nicht passt in Indien, war auch eine Bekannte von mir oder ein Bekannter mit seiner Freundin, war in Indien. Und die wurden dort irgendwie veräppelt. Die haben dann eine SIM-Karte gekauft. Die wurde, glaube ich, zehnfach teurer an die verkauft, als der normale Preis ist. Und dann sind sie zurück zum Laden und gesagt, das war so ein Kiosk irgendwie. Und dann meinte sie, ja, du hast uns irgendwie veräppelt. Die SIM-Karte kostet, glaube ich, nicht 50 Euro, die kostete zehn Euro. Gib uns die Differenz zurück. Und der weigerte sich, der Typ, und dann haben sie den angeschrien. Und dann war der irgendwie so starr. Der hat nicht mal ein Wort gesagt. Die sind irgendwie so starr gewesen. Genau das Gleiche ist auch einem in Nepal passiert. Das würde dir in Thailand nicht passieren. Die Thais, die werden nicht einfach so blöd dastehen und nichts sagen. Die sind, die respektieren sich sehr. Also das Volk, das respektiert sich sehr, sehr, sehr. Und wenn du praktisch irgendwie aggressiv gegen die praktisch an die, ja, dass die halt das Gefühl haben, dass du aggressiv bist, dann werden sie aber auch aggressiv. Und die werden nicht nur so blöd dastehen und nichts sagen. Dann hast du ein großes Problem. Ein Bekannter von mir wurde, hat in Bangkok ein Taxi bestellt am Flughafen. Übrigens, in Bangkok ist das Taxi nicht toll. Da kannst du mit dem Taximeter, wenn der Taxifahrer damit einverstanden ist, kannst du wirklich für, glaube, vier, drei, 300 baht oder so, oder vielleicht ein bisschen mehr, fast um die ganze Stadt fahren. Und der hat sich ein Taxi bestellt, ist dann zum Hotel gefahren, das war aber auch abends irgendwie, und die konnten das Hotel nicht finden. Und dann ist der Taxifahrer hin und her gefahren, irgendwie eine Stunde später sind sie dann angekommen. Der Taxifahrer wollte 150, glaube, 150 baht oder so was mehr haben. Und dann haben die angefangen, sich zu streiten. Weil am Anfang hatten die einen Festpreis, glaube ich, von 200 baht ausgemacht. Oder 300, ich weiß es nicht. Nagelt mich nicht jetzt auf den Betrag fest. Auf jeden Fall musste der mehr bezahlen. Und was ist passiert? Die hatten sich fast geschlägert. Und in sowas, ich meine, das sind 5 Euro, sei es 10 Euro, sei es 20 Euro, streitet nicht mit diesen Menschen, mit Taxifahren, in einem fremden Land, in einer Millionenstadt, da kann, also, da kann viel passieren, wirklich. Da kann wirklich viel, viel passieren. Und die Thais, die helfen sich gegenseitig. Auch wenn du gut dabei bist, körperlich fit und wenn du auch Sport machst und alles. Wenn du vielleicht gegen einen Thai kämpfen kannst, dann kommen von allen Seiten 10. Weil die werden zu 10 auf dich losgehen. Dann hast du keine Chance. Du hast allgemein keine Chance gegen die Thais dort. Weil, wie gesagt, das ist ihr Land und die helfen sich gegenseitig. Und wenn die sehen, ja, der weiße Farang, der sieht sportlich aus, der ist topfit, der schlägt einen von uns, da kommen viele von euch, da kommen viele von denen auch dazu. Und dann habt ihr nur noch Stress. Deswegen würde ich sagen, dass ihr das einfach mal lassen, sein lassen sollt. Genau. So, das ist der nächste Punkt. Das nächste, was ich euch sagen wollte, Südwest-Asien lehrt einfach mehr, relaxter zu sein. Passt wirklich, passt euch an die Gegenbeiten an. Passt euch an die Menschen, die um euch herum sind an. Seid nicht aggressiv. Seid nicht irgendwie, ja, seid einfach normal, so wie die Menschen um euch aus. Auch, ja, lächelt, chillt einfach. Und dann wird auch euch nichts passieren. Derjenige, der keinen Stress sucht, der wird auch in Thailand keinen Stress finden. Die verstehen das und die schätzen das auch, wenn der Farang einfach gechillt ist, einfach vielleicht ein bisschen Trinkgeld gibt. Weil das ist ja Urlaub. Ihr kommt ja in den Urlaub nach Thailand und da könnt ihr ja auch Trinkgeld geben. Das ist ja überhaupt kein Problem, auch wenn die Menschen dort leben. Ich meine, wir leben nur einmal. Klar, wenn jemand vielleicht einen schlechten Tag hat, kann man das verstehen. Aber ihr sollt schon positiv denken können. Und dann kommt auch dieser Scheiß, dieser Stress nicht auf euch zu. Versteht ihr, was ich einfach euch mitteilen, euch sagen möchte? Weil die Thailand sind allgemein ein sehr, sehr ruhiges, ein sehr, sehr friedliches Volk, würde ich sagen. Die werden euch aus keinem Grund einfach so, wird wahrscheinlich euch keiner irgendwie blöd anmachen oder schief anschauen. Das kann ja aber in Europa schnell passieren, wenn ihr was getrunken habt. Zum Beispiel in einem Pub in England und in Berlin, in München oder wo auch immer in Warschau. Da kann es schnell, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist, da kann es schnell irgendwie Stress geben. In Bangkok oder in Thailand, ich habe das noch nie erlebt. Meistens habe ich erlebt, dass die Pharaons gegenseitig Stress machen. Engländer gegen Deutsche oder gegen Russen oder wie auch immer. Und dann sich gegenseitig verklopfen. Das kann ja gut gehen, weil das sind alles Ausländer. Aber tut mir den Gefallen, lass die Finger von den Einheimischen weg. Weil ihr werdet verlieren, ihr werdet verlieren, egal wie stark ihr seid, egal wie viel Sport ihr getrieben habt, egal wie viele Munkis ihr habt. Ihr werdet den Kürzeren ziehen. Das kann ich euch hundertprozentig sagen. Weil die Thais, die hauen auch zu, wenn der Typ am Boden liegt. Die kennt die Gewalt. Die sind wirklich sehr, diese Grenze, wo die explodieren, wo sie ausrasten, ist ziemlich hoch bei denen. Aber wenn sie mal erreicht ist, dann kann sie nicht mehr beruhigen. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Klar kann sie beruhigen, aber das wird wirklich dir vieles abverlangen. Das wird nicht einfach sein. Deswegen lass das einfach. Versucht gut und gechillt und lässig miteinander umzugehen. Und nicht irgendwie so agro, hey, hey, ja, dass ihr da irgendwie aufmuckt, lass das einfach sein. Weil die Thais, die sind auch, viele von denen sind auch bewaffnet. Vor allem die Insel-Thais, die von Phuket, also die von Koh Samu und Koh Phangan, viele von denen haben Waffen. Das müsst ihr euch, ich, also ein richtiger Insel-Thai ohne eine Pistole ist eigentlich kein Insel-Thai, würde ich mal sagen. Weil ich kenne einige, die haben Waffen und nicht alle sind legal. Ihr müsst es auch bedenken. Viele von denen sind illegal, die Waffen. Klar, der wird sie nicht einfach so ziehen und dich einfach mal auf der Stelle erschießen. Klar, das wird keiner machen. Der weiß schon, warum er die Waffe hat und wann er sie ziehen muss. Aber wenn er sie mal zieht, dann glaubt mir, dann wird er auch abdrücken. Und dann zieht er auch den Kürzeren. Überlegt es euch wirklich gut, sich mit Einheimischen anzulegen. Aber allgemein, wenn wir das alles weglassen, wenn wir das alles außer Betracht ziehen, ist das Land sicher. Ich hatte wirklich, klar kann man da Probleme haben. Klar kann man da, kann man da, kann da jemand was klauen. Es wird auch in Teilen geklaut, aber in welchem, ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch kein Land der Welt gesehen, wo irgendwas nicht geklaut wird. Wird in Deutschland nicht geklaut. Und wie wird es geklaut? Wird in der Schweiz nicht geklaut, klar. Klar, vielleicht nicht so viel wie in Brasilien oder Mexiko, aber das passiert auch in der Schweiz. Genau so passiert das auch in Thailand. Klar solltet ihr eure Sachen, eure Goldketten oder was weiß ich was, nicht einfach auf dem Tisch liegen lassen. Und einfach nicht mal, nicht irgendwie 100.000 Bar im Hotelzimmer liegen lassen. Weil ihr müsst es euch so bedenken, wenn die Frau, die im Hotel arbeitet, die kriegt vielleicht im Monat, sag mal 12.000 Bar, wenn es alles gut läuft. Sag mal 15.000 Bar. Und da liegt einfach der siebenfache Betrag von ihrem Lohn auf dem Tisch. Das sind Menschen, das ist, ich meine, klar ist, dann kann das Geld auch weg sein. Ihr müsst schon irgendwie mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen und dann wird euch nichts passieren. Weil das Land ist safe. Ihr könnt gerne in so Touristenhochbogen, könnt ihr gerne auch die Touristenpolizei holen. Ihr könnt aber auch die normale Polizei holen. Ja, ich meine, das Land ist eigentlich so weit safe. Da wird nicht auf den Straßen geschossen, wie ich das in den USA erlebt habe. In Kalifornien, in Los Angeles, South Central, da sind wir mit dem roten Mustang gefahren. Das war aber die Gegend von den Crips. Die sind alle in blau und die hassen sich gegenseitig. Und da kannst du nicht mal über die Straße laufen, da wirst du gleich erschossen zum Teil. Es gibt solche Huts dort, da traut sich nicht mal die Polizei hin. Das gibt es in Thailand nicht. Und vielleicht habe ich es nicht erlebt. Vielleicht korrigiert mir, wenn ich falsch liege. Schreibt auf jeden Fall eure Kommentare. Gebt mir auf jeden Fall ein Like zu unserem Kanal. Subscribt oder abonniert unseren Kanal. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen mit der Pinyat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ich etwas, bestimmt habe ich etwas vergessen. Aber wenn ich etwas vergessen habe, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.